Außergewöhnliche Umstände Verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen Von wegen nichts ist los, ich fühle mich bedroht Das kommt so, wenn man mitten unter Terroristen wohnt Guck mal der da hinten, ja man, der Bartträger Mann, das sieht man gleich, da braucht man keinen Ratgeber Sie sind unter uns, mein Nachbar ist ein Schläfer, ein Täter Setzt ihn besser jetzt, fährst als später Es wird gefährlich, man merkt es doch überall Die Terroristen sind inzwischen in der Überzahl Sie unterwandern uns, denk doch mal anderswo In diesen wirklich schweren Zeiten braucht das Land Verlust Und die sagt uns, wir brauchen Infos Oder wir sind tot, warten, wer sind los? Denn jeder hat das Potenzial zum Stabfeind Jeder ist allein verdächtig durch sein Dasein Wir müssen über alle, alle, alles wissen Denn die sind zu zwischen uns, lass sie nicht entwischen Schlapp sie der Schäuble, gleich heute Alle in Deutschland gehören durch Leuchten Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension Und heute wieder live am Richtmikrofon Das halbe Volk betreibt heimlich Bombenbau Wir brauchen nur mehr Kameras, dann kommt es raus Wir alle sind im Fadenkreuz, ich sag es euch Gebt eure Daten her, ihr werdet es niemals bereuen Ich will sofort eure Daten in den Straßen sehen Damit ich mich auch wieder raus trau, zum Arzt zu gehen Es ist bedrohlich, man guckt nur in die Zeitung rein Dreh dich um, guck genau und dann rechne eins plus eins Richtig alles potenzielle Attentäter Waffenträger, mach die platt oder wir sind Hackepeter Der Staat ist in Gefahr, ändert das Grundgesetz Damit's egal wird, dass man auch gefangene Hunde hält Die Sicherheit geht immer vor Überwacht jeden Ort, jetzt sofort Ich bin dafür, denn ich hab nix zu verbergen Wer unschuldig ist, das hört man dann schon mehr Schlapp sie der Schäuble, gleich heute Alle in Deutschland gehören durch Leuchten Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension Und heute wieder live am Richtmikrofon Schlapp sie der Schäuble, gleich heute Alle in Deutschland gehören durch Leuchten Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension Und heute wieder live am Richtmikrofon Nichts darf geheim bleiben, wir müssen eingreifen Sowas wie das Wort, Grupel bitte gleich streichen Es ist an der Zeit für härtere Bandagen Am besten jeder wird gefilmt, auch beim Schlafen Alles ist, du tentieren, jeder Schnipsel Ich will Kontrolle und überall Spitzel Sowas hat sich doch in diesem Land schon mal bewährt Viel mehr stark muss her, anders geht es gar nicht mehr Zum Glück gibt es ein Beispiel, wie man's richtig macht Wir brauchen Guantanamo und keinen Pipifax Und wir foltern, das ganze Volk dann Yeah, Schäuble, ich bin dein Gefolgsmann Los, entscheide dich, Leben oder Grundrecht Wenn wir nix tun, ist Deutschland bald mit einem Bums weg Geht mal deinen Fingerabdruck, das ist sicherer Und du wirst sehen, dass du noch nie so sicher warst Schnapp sie, der Schäuble, gleich heute Alle in Deutschland gehören durch Leuchten Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension Und heute wieder live am Richtmikrofon Schnapp sie, der Schäuble, gleich heute Alle in Deutschland gehören durch Leuchten Wir brauchen Prävention in einer neuen Dimension Und heute wieder live am Richtmikrofon Und sie legen ihre Rechte in die Hände der Menschen, denen sie vertrauen können Das kann doch nicht ihr Ernst sein Doch, aber es besteht kein Grund zur Beunruhigung Mit etwas Vertrauen bekommen sie die Einschränkung ihrer Freiheit gar nicht mit Wer Privatsphäre will, ist der Verdächtige Sicherheit ist cool und Protest, was für Schwächlinge Los geht deine Gene oder bist du kriminell? Los, wir ziehen das durch, jetzt so richtig prinzipiell Jetzt so richtig prinzipiell Jetzt so richtig prinzipiell